Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 106 Nummer 106 Steht mir der Hut? Soll ich ihn kaufen? Er ist nicht billig. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden versperrt. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden verspäten. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden verspäten. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden verspäten. Im Sommer genieße ich den Garten. Ich fühle mich wohl in einem roten Kleid mit Sonnenhut. Im Sommer genieße ich den Garten. Ich fühle mich wohl in einem roten Kleid mit Sonnenhut. Im Sommer genieße ich den Garten. Ich fühle mich wohl in einem roten Kleid mit Sonnenhut. In Valencia kaufen wir Paella auf dem Markt. 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 Die Wand soll eine neue Farbe bekommen. Blaue Farbe passt gut zu diesem Raum. Warum macht ihr drei so einen Lärm? Könnt ihr nicht leise spielen? Warum macht ihr drei so einen Lärm? Könnt ihr nicht leise spielen? Warum macht ihr drei so einen Lärm? Könnt ihr nicht leise spielen? Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Ich bin schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Ich bin schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Hier ist es besser als im Kino. Spannender Film und Popcorn. Hier ist es besser als im Kino. Spannender Film und Popcorn. Hier ist es besser als im Kino. Spannender Film und Popcorn. Ich weiß nicht, was ich von deinem Vorschlag halten soll. Ich weiß nicht, was ich von deinem Vorschlag halten soll. Ich weiß nicht, was ich von deinem Vorschlag halten soll. Jemand beobachtet mich, während ich im Park ein Buch lese. Jemand beobachtet mich, während ich im Park ein Buch lese. Ich mag es überhaupt nicht. Ich will das nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Ich will das nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Ich will das nicht. Am 10. Geburtstag gibt es eine besondere Geburtstagstorte. 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 Ihr solltet erst mal sehen, was in der Geburtstagstorte ist. Ihr solltet erst mal sehen, was in der Geburtstagstorte ist. Meine Eltern tanzen bei jeder Gelegenheit. Meine Eltern tanzen bei jeder Gelegenheit. Meine Eltern tanzen bei jeder Gelegenheit. Das viele Lernen macht mich fertig. Ich bin am Schreibtisch eingeschlafen. Das viele Lernen macht mich fertig. Ich bin am Schreibtisch eingeschlafen. Das viele Lernen macht mich fertig. Ich bin am Schreibtisch eingeschlafen. Ich bitte darum, dass mein Mann bald wieder gesund wird. Ich bitte darum, dass mein Mann bald wieder gesund wird. Als ich krank war musste ich viele Tabletten schlucken. Meine Frau hat sie mir ans Bett gebracht. Als ich krank war musste ich viele Tabletten schlucken. Meine Frau hat sie mir ans Bett gebracht. Als ich krank war musste ich viele Tabletten schlucken. Meine Frau hat sie mir ans Bett gebracht. Ein Mann spielt Hockey auf einem zugefrorenen See. Ein Mann spielt Hockey auf einem zugefrorenen See. In der Reha haben sich alle sehr um mich gekümmert. In der Reha haben sich alle sehr um mich gekümmert. In der Reha haben sich alle sehr um mich gekümmert. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Ich habe lange gewartet. Diese Gehhilfe wird dich beim Laufen unterstützen. Diese Gehhilfe wird dich beim Laufen unterstützen. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Stop! Hier darf niemand hinein. Es ist zu gefährlich. Stop! Hier darf niemand hinein. Es ist zu gefährlich. Stop! Hier darf niemand hinein. Es ist zu gefährlich. Stop! Sюди нікого не пускають. Це занадто небезпечно. Jetzt üben wir beide das gemeinsame Gehen im Garten. Jetzt üben wir beide das gemeinsame Gehen im Garten. Jetzt üben wir beide das gemeinsame Gehen im Garten. Das Puzzle ist schwierig. Es hat so viele Teile mit ähnlicher Farbe. Ich kontrolliere mehrmals täglich den Blutdruck meiner Patienten. Ich kontrolliere mehrmals täglich den Blutdruck meiner Patienten. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Das Buch ist faszinierend. Lass mich noch ein wenig lesen. Kniega захoplüючa. Dosewollte menü poчитati ще trochi. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Mein Hund läuft fast immer ohne Leine. Mein Hund läuft fast immer ohne Leine. Mein Hund läuft fast immer ohne Leine. Kommt ein Auto. Bleiben wir kurz stehen. Meine собака fast immer ohne Leine. Mein Hund läuft fast immer ohne Leine. Mein Hund läuft fast immer ohne Leine. Wenn der Gast unser Restaurant verlässt, desinfiziere ich den Tisch. Kolehi ist pokyne nasch Restaurant ja desinfikuju stil. Das hast du gut gemacht. Der Umsatz ist wieder gestiegen. Das hast du gut gemacht. Der Umsatz ist wieder gestiegen. Das Flugzeug ist vor einer Stunde gelandet. Ich bin auf dem Weg ins Hotel. Littak prezemliu się hodynu tomu. Ja idu do hotelu. Das Kopfsteinpflaster ist nass und rutschig. Das Kopfsteinpflaster ist nass und rutschig. Das Kopfsteinpflaster ist nass und rutschig. Brukivka mokra i sliska. Hufeisen schützen die Hufe der Pferde. Früher waren Hufeisen sehr teuer. Piedkowy schützen die Hufe der Pferde. Früher waren Hufeisen sehr teuer. Piedkowy schützen die Hufe der Pferde. Früher waren Hufeisen sehr teuer. Piedkowy schützen die Hufe der Pferde. Viele Menschen haben Probleme beim Schlucken von Tabletten. Viele Menschen haben Probleme beim Schlucken von Tabletten. Viele Menschen haben Probleme beim Schlucken von Tabletten. Im Wald wartet geschnittenes Holz auf den Transport. Im Wald wartet geschnittenes Holz auf den Transport. Zresa na derewana czeka je wliess je na transport. Ich empfehle diese Tabletten bei Gelenkproblemen. 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 Derzeit sieht es für deine Aktien nicht gut aus. Sie haben an Wert verloren. Derzeit sieht es für deine Aktien nicht gut aus. Sie haben an Wert verloren. Derzeit sieht es für deine Aktien nicht gut aus. Sie haben an Wert verloren. Na razi spravo idut ne duze dobre dla waszych Aktiei. Wone vtratili ciennißt. Später möchte ich Pianistin werden. Bisher kann ich nur mit zwei Fingern spielen. Später möchte ich Pianistin werden. Bisher kann ich nur mit zwei Fingern spielen. Ich warte darauf, ihn zufällig hier zu treffen. 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 Das Messer sieht gefährlich aus. Ich brauche es in meiner Küche. Das Messer sieht gefährlich aus. Ich brauche es in meiner Küche. Das Messer sieht gefährlich aus. Ich brauche es in meiner Küche. Das Messer sieht gefährlich aus. Ich brauche es in meiner Küche. Danke, ich nehme es gerne. Es ist der Geschmack von Eiscreme, den ich liebe. Danke, ich nehme es gerne. Es ist der Geschmack von Eiscreme, den ich liebe. Danke, ich nehme es gerne. Es ist der Geschmack von Eiscreme, den ich liebe. Danke, ich nehme es gerne. Danke, ich nehme es gerne. Es ist der Geschmack von Eiscreme, den ich liebe. Unser Hund bekommt immer den Rest der Eiswaffel. Unser Hund bekommt immer den Rest der Eiswaffel. Unser Hund bekommt immer den Rest der Eiswaffel. Ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch. Das Auto springt nicht an. Ich glaube, die Batterie ist leer. Das Auto springt nicht an. Ich glaube, die Batterie ist leer. Maschine ne zavadetze. Ja dummeu, ščo batereja rozredžena. Ich muss darüber nachdenken. Die Aufgabe ist nicht so einfach zu lösen. Ich muss darüber nachdenken. Die Aufgabe ist nicht so einfach zu lösen. Ich muss darüber nachdenken. Die Aufgabe ist nicht so einfach zu lösen. Ja powinnen podumati proze. Savdania ne tak prosto wyrischeti. Hilfst du mir jetzt mit dem Brennholz? Ich lade es nicht alleine auf den Transporter. Hilfst du mir jetzt mit dem Brennholz? Ich lade es nicht alleine auf den Transporter. Hilfst du mir jetzt mit dem Brennholz? Ich lade es nicht alleine auf den Transporter. A teper dopomožiš mi ni zdrova mi. Ja ne vantajujo hona fur hon sam. Ich gebe mein Geld für spezielle Fahrräder aus. Dieses habe ich heute gekauft. Ich gebe mein Geld für spezielle Fahrräder aus. Dieses habe ich heute gekauft. Ich gebe mein Geld für spezielle Fahrräder aus. Dieses habe ich heute gekauft. Wenn der Bus nicht bald kommt, muss ich zu Fuß nach Hause gehen. Wenn der Bus nicht bald kommt, muss ich zu Fuß nach Hause gehen. Jakščo autobus ne prýde skoro, mi ne dovedece ėte do domu pischke. Das Feuer verleiht dem Gericht einen besonderen Geschmack. Wohoň nadaje stravi os obliwej smug. Die Zahl der Alpakas in Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren vervierfacht. Die Zahl der Alpakas in Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren vervierfacht. Za ostanne 10 roki v kilkist Alpak u Niemči ni zrosla čutere razy. Ich kann in diesen Schuhen nicht laufen. Sie sind zu hoch. Ich kann in diesen Schuhen nicht laufen. Ich kann in diesen Schuhen nicht laufen. Sie sind zu hoch. Der Kunde hat vorhin angerufen. Er ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Ich bin auf Diät. Mein Mittagessen besteht aus einer Tomate und zwei Karotten. Ich bin auf Diät. Mein Mittagessen besteht aus einer Tomate und zwei Karotten. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.